So, wir sind auf der Kaiserwald hier unterwegs. Bis vor kurzem völlig prickenfrei. Im zweiten Teil stehen schon wieder Pricken. Dieter ist auch dabei. Man sieht auch hier eine Bricke. Da drüben ist die Jade. Da ist noch nicht viel zu sehen. Die gehen nur mitlaufen, aber hoch am Wind. Ohne Diesel ginge das nicht. Aber zieht schon mit, bringt ein, zwei Knoten. Zumal unser Diesel bei hohen Drehzahlen etwas Sprintmangel leidet und dann abregelt. Der will lieber ein sauberes Dieselfilter haben. Das kriegt er auch, sobald wir es haben. So sieht's aus. Kaiserwald hier. Ja, auf der Seekarte zu sehen. Der schwarze Punkt da unten ist unser Putz. Später mehr. Ja. 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 Ja.